Hallo hier draußen und willkommen zurück bei unserem Adventskalender hier. Ich glaube heute an Tag 4. War es nicht dran. Tag 4. 2. Ja es war 2. Hoppala. Was für ein Fehler ich doch bin. Heute werden wir diese wunderschöne Backmischung ausprobieren. Kein Product Placement, wenn es irgendjemand denken sollte. Bloß ich war jetzt einfach zu faul noch selber einen Teig anzuhören. Und dann steht da hier ein Brother. Und würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Let's go! Ich hatte mancher Milch eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei zwischen Milch. Ich hatte mancher Milch eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Got the midrace, drop the bass, 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 bass. Danke fürs Zusehen, Abonnieren, Liken, wenn es euch gefallen hat, auch teilen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich tue gerade dich zusammenmalen. Oh nein. Bis zum nächsten Mal.